Liebe Kilburger, Herrinnen und Narren, außergewöhnliche Zeiten erfordern auch außergewöhnliche Taten und deswegen melde ich mich heute auf diese Weise bei euch und muss euch leider die schlechte Nachricht überbringen, dass wir den 11.11., also die Ankunft der Kirburger Vorsicht, so wie wir sie bisher durchgeführt haben, in der Form dieses Jahr leider nicht machen können. Wir hatten einen perfekten Hygieneplan, wir haben uns im Vorstand sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie wir es umsetzen können, damit wir sämtliche Regeln befolgen und auch den bestmöglichen Schutz für euch und für unsere Aktiven gewährleisten, aber wie wir alle wissen, heute gab es eine neue Pressekonferenz und neue Regeln und somit ist auch unser Hygieneplan leider hinfällig. Jetzt kommt die gute Nachricht, ich stehe in sehr engem Kontakt mit unserem Freiherr von Schorven und kann euch versichern, dass der Freiherr ganz pünktlich am 11.11. um 11.11. in Kilburg landen wird. Er wird da sein, er wird kommen, die fünfte Jahreszeit wird auch eingeleitet. Wie dann der Rest dieser Jahreszeit aussieht, das können wir alle noch nicht sagen, aber Fakt ist, der Freiherr wird ankommen. Wie? Da könnt ihr sehr gespannt sein, ihr werdet es erfahren hier bei uns bei Facebook, auf unserer Webseite und bei Instagram. Ja, bis dahin würde ich sagen, dreimal Kilburg-Helau, haltet die Ohren steif, bleibt alle gesund und Prost! Kilburg-Helau, haltet die Ohren steif, bleibt alle gesund und Prost! Kilburg-Helau, haltet die Ohren steif, bleibt alle gesund und Prost! Kilburg-Helau ist jetzt.